Der Trend geht nach wie vor stark zu hochwertigen Holz- und Holz-Alu-Fenstern. Unsere Kernkompetenz liegt ganz klar im Holz- und Holz-Alu-Bereich und hier merken wir zunehmend die Nachfrage nach besonderen Holzarten. In unserem Fall ein Beispiel Eiche geölt, schlanke Ansichten. Das ist für die Architektur, für die heutige Architektur immens wichtig geworden. Wir ahmen hier das alte Kassenstockfenster nach in den schmalen Ansichten, aber haben natürlich absolut State-of-the-Art-Werte, technische Werte. Das ist schon vor zehn Jahren war Hauptziel-Passivhaus-Fenster. Heute erreiche ich mit einem Standard-Fenster bereits damalige Passivhaus-Werte. Wenn ich Ihnen da ein Beispiel nur zeigen darf. Ich habe hier 90 Millimeter Holz plus die Aluschale, aufgeräumt im System. Da ist nichts, wo man sich verletzen kann, wo man sich anhaut, wo man sich aufschneidet. Die Rachowiner Dichtungswanne ist hier eins unserer Spezialitäten, Mehrfachverriegelungen und und und. Wichtiges Thema ist auch jetzt, die Bodenschwellen werden immer flacher. Gleichzeitig sollen sie aber den Regen, den Schlagregen abhalten. Hier haben wir auch neue Lösungen. Ja, wir sind gewappnet für 2018.